Der Rad stürzt jetzt auf die nördliche Plätze, dann raus. Oh, die G5 gibt ihr jetzt schön. Dann gucken wir uns nochmal an, alle über Rollen. Gesehen? Das war Vollgas, Otto Poppetsch. Eigentlich hätte ich den Hund begraben. Der 109. Ax24. Hätten wir wohl da mal bleiben sollen, ne? Ja. Wollen wir jetzt zurückfliegen? Ja, ja. Lack, bei uns. Achso, wir sind drin. Ja, ja. Ticken durch. Dann gehen wir auf 1, 2, halb 10 und dann fliegen wir mal wieder Richtung. Victor, wo seid ihr jetzt ungefähr? Wir waren gerade beim Maidstone. Moment. Halt das eigentlich noch mal auf 5 Uhr ran, ne? Ich bin so gut im Bock, ich meine. Ja, Victor. Wir müssten jetzt etwa sein Anton Theodor 25. Victor. Victor. Immer noch HALO 30. HALO 23 momentan. Victor. Auf unserer 2 Uhr. 1 bis 2 Uhr, ja. 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 Wir ziehen gerade Richtung East Church. Leistung? Oh, das ist ja wie Ostern hier. 1, 2 Uhr, halb 10. Zwei Plain HALMS gefunden. Information. Ah, sauber. Feindmaschine. Ja. 2 Uhr hoch. Vollgas. Es sind noch zwei weitere Maschinenausregungen. Ja, Berühre sind dahinter, unter. Sieht ihr sie? Ja, ich bin noch blind. Ja gut. Fliege einfach dir nach. Müssten alles Feindmaschinen sein. Ich suche immer noch. Auf meiner 2 Uhr. Ah, Berühre, ja. Jetzt etwas tiefer. Ja, auf der 1 Uhr tiefer ist auch noch eine. Ja. Spitz 3. Spitz 3. Vorsicht euch. Also freie Jagd, Jungs. Victor. Victor. Pauke, Pauke. Stürze hinter der hintersten Spitfire her. Wo hängst du? Ich hängst hinter einer, die Rolf fliegt. Ja. Ich sein dann. Auf unserer weiten 6. Eine Feindmaschine. Ja, ich will erstmal Höhe machen. Ja, ich auch. Wir sind jetzt auf unserer 4 Uhr einfach. 2,6. Wo? Welche Höhe? Nee, der hat zu wenig Energie. Der hat zu wenig Energie. Was du das bist. Oh, der kommt ran. Der kommt ran. Ah, ich glaub der fliegt gar nicht auf uns zu. Ja. Der geht wieder weg. Aber guck mal auf der weiten 3 Uhr leicht erhöht und 4 Uhr sind auch noch Kontakte. Ja. Der zieht auch hoch. Hinter uns auf unserer 6. Mit Freier dreht ab. Hm. Ja. Ja. Wie viele Gegner sind dabei? Eine Spitfire. Also ich weiß nicht. Ich hatte gerade eine auf jeden Fall. Oh, die ist direkt hinter mir. Ah, fuck. Wasserkühler. Und Öl. Es sind zwei Speedies. Die hinter dir, Balter. Sondern es ist noch einer, die jetzt gerade runter stürzt. Und eine 109 dahinter hat. Victor, danke. Ist das eventuell Doktor? Oder Victor? Ja. Ich geh auf die Speedy, die jetzt gerade hochzieht. Ich hab ihm was mitgegeben. Treffe. Und trudelt. Ich glaub dem, dem hab ich den, der Seitenoder weggeschossen. Hat sie wieder gefangen jetzt? Na ja, verdammt. Ich hatte schon gehofft, dass wir den Kill. Geht wieder schnell, Elisa. Bist du gerade dahinter, oder? Ja. Aber ich krieg ihn nicht, ich geh raus. Ah, Victor. Ich geh jetzt gerade rein. Pilot Kill. Hallo. 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 Ah, Doktor, du bist jetzt direkt südlich East Church, oder? Hallo. Ja. 25. Ja. Victor, ich seh dich. Was ist mit dem guten Balthasar? Äh, ich bin Hallo 40, hier noch um Luftkampf mit der Spitfire. Oh, ich hab eine 109 gehurft hinter mir ein mit einer Spitti. Oh, das bin ich. Wohin soll ich sie ziehen? Äh, zieh sie Richtung East Church. Mal schauen, wem sie folgt. Ich weiß nicht, ob sie mir folgt oder dir. Sie dreht nicht. Ah, sie folgt niemanden so richtig. Ich glaub, sie geht aber eher auf mich. Ah, Victor, ich versuche mich mal an zu hängen. Ja, hängt an mir. Ihr steigt jetzt? Nö, ich hab ausgelevelt. Ja, jetzt geht sie wieder auf dich. Ich zieh herum. Ich bin jetzt hinter ihr. Ich hab versucht zu schießen, aber ich glaub, ich hab nicht getroffen. Du schießt gerade, oder? Ja, ich fühl es jetzt mal. Spitti drückt gerade an. Ich bin jetzt hinter ihr. Okay, ich geh mal raus wieder in Phoenix. Vorsicht, die hängt direkt hinter dir. Mach was. Wie hoch seid ihr? Vorsicht, ihr kriegt noch eine 6. Wenn ihr da Zeit müsstet, dann noch eine 6 kriegen. Vorsicht, Achtung. Es ist eine dritte, 109. Ich komm ja nie richtig zum Schuss, weil hier dauernd irgendwer kreuzt. Soll ich es bitte gleich? Ja. Hängt am Propeller, hat keine Fahrt mehr. Dann bin ich bei euch. Ja, dann habt ihr doch noch eine zweite Spitfire dazu gekriegt, und zwar meine. Ja, ich geh gerade über Rolf, sie zieht mir nach. Naja, aber er kriegt keinen Schuss. Er ist viel zu langsam. Oh, Flügel weg. Oh, ich krieg 6. Er nach Rolf. Dreh jetzt über Lisa. Kannst du über Rolf gehen? Nach Süden raus. Nach Süden raus. Dann kann ich direkt. Dann. Ich seh dich. Das ist die falsche Richtung. Du fliegst gerade von mir weg. Du bist nach Nordosten rausgeflogen jetzt. Nordosten? Du bist jetzt frei. Nein. Nein, sie dreht wieder hinter dir herein. Aber du hast jetzt Distanz gewonnen. Wo seid ihr jetzt? Zieh sie einfach geradeaus. Weg da. Weg da. Ich versuche aufzuschliessen. Ich bin mal kurz weg. Tschüss. Ja, sie dreht jetzt nach Rolf ab, ne? Ah, heute oben auf der Saal. Ja, hat Öl. Ah, sehr schön. Danke dir. Ah, die geht's eigentlich nach unten. Hier ist noch los mit. Wo? In der Lisa. Eben gerade wo die andere mit Öl vorbeigeflogen ist. Dreht jetzt gerade Richtung East Church. Hallo ist es 33. Jetzt Richtung Westen. Mhm. Viktor aber rüber. Ah, ja, ja, ja. Jetzt in der Rolf. Ja, hängt sich an mich dran. Kannst du wieder dasselbe machen. Ja. Und vielleicht in die verkehrte Richtung fliegen. Ich geh gerade hinter hier rein. Es sitzt noch eine 109 dahinter. Ja, kannst ruhig vorbei an mir. Ja, danke. Ja, danke. Hat Öl. Ja, danke. Hat Öl. Sehr gut. Und Motor geht glaube ich aus. Ich hab ihm die Motorhaube weggeknallt. Ah, springt ab. Ja, sehr schön. War geklärt. Okay, Landen. Ich hab keinen Sprit mehr. Ja, ich auch. Mosella Dings in East Church Landen. Naja, Dito. Das macht ja nix. Äh, Kennester in seiner Splenheim ist noch irgendwo unterwegs übrigens. 5,90 Karai, oder? Wie hast du das schon wieder gemacht? Ja. Kurs 150, falls noch irgendwer eine Plenny abschießen möchte. Der ist wahrscheinlich irgendwo bei Hawkins jetzt gerade. Äh, Flak schießt noch immer? Ja. Victor. So, ich geh mal Landen hier. Ich hab keine 20er mehr. Lohle hätte ich sogar noch. Na, dann hol die Kanister. Nee, ich hab keinen Sprit mehr. Ich hab nur 10 Liter. Ach, der gute Wille muss genügen. Waren sie Adler nicht von West nach Ost? Nop, irgendwer macht da gerade einen... Äh, Kopfstand. So hab ich jetzt komischerweise. Warum, weiß ich auch nicht. Waren sie vielleicht? Nee. So, ich komm grad zur Landung rein. Äh, Nord nach Süd. Na ja, Victor. Ich bin hinter dir. Das ist bei Gravesand. Hm? Was? Spitfires. Spitfires. Tiefe Spitfires. Ja, die werden dort gestartet sein. Apropos Starten. Da startet, glaub ich, grad eine 109, oder wie? Ich lande gerade. Ich lande gerade fast. Oder wird mir zu. Ne, auf der Startbahn hat gerade irgendwas Staub aufgewirbelt. Ja, das war ich. Ich bin gelandet gerade. Gerade aufgesetzt. Ja, und jetzt startet auch immer was. Ich bin jetzt über East Church, Halle 35 und fliege jetzt Ostkurs. Äh, Westkurs. Ein Langsamt. Ja, ich bin eigentlich in Österreich. Nachבר sie mit mir sind und auf die Kommission. Ich bin natürlich heute hier Abend. Es ist so schön, wie ein Abend.